Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal CrazyDuck. Heute kommt eine nice Runde mit dem Fußballspieler von RB Leipzig, Klostermann. Ihr könnt ihn ja auch gerne auf Twitch abchecken, Link in der Videobeschreibung und auch gerne auf Instagram. Da kann ich nur den Namen reintun, also reinschreiben, wie er da heißt, weil ich nicht weiß, wie man das mit dem Link macht. Aber ist ja auch egal, Leute. Auf jeden Fall, wir sehen uns nach dem Intro und dann bis gleich. Ich habe auch noch einen, ich finishe den eben, der hat eine Shotgun gehabt. Einer kommt zu mir, glaube ich. Oder? Der ist low. Very good, Jungs. Ich bin da, um zu looten. Ja. Ne, jetzt weiß ich. Ich habe einen Down. Ich werde mich finischen. Danke. Bitte. Was war er denn für mutig? Alles ein bisschen getaggt. Ah, der ist deutlich unter dir. Wo ist der? Keine Ahnung. Ich bin da. ein aufpassen dass hier keine sein das glaube ich nicht ja warte mal hat jemand minis brauche ich noch lager voll habe ich selber 28 oder so keine ahnung kann der einer holz ich werde auch gesnipet nein eine 2 sind one shot muss vormale oder einer ist rechts unter der base einer das ganze oben drauf der snap und einer ist in der mitte die haben natürlich so ein zogen glück nach unfassbar die wasser man einer ist aber dass stark jetzt vor versuch auf deren base zu kommen irgendwie also einen habe ich genocht aber ich weiß nicht ob er ihn jetzt schon erholt sein mail wieder und ist einer so leute das was auch mit dem video leider zwar nur zweiter aber die ganzen klar also ganz klar würde ich mal sagen leute und falls ihr neu seid lasst gerne ein abon like da würde mich freuen und nicht die glocke also die glocke aktivieren um nichts mehr zu verpassen und bis dann haut rein und ciao